Achtung und fünf, vier, drei, zwei. Hier im spanischen Salamanca hat Präsident Esch mit führenden Staatsmännern aus fünf Kontinenten an einem neuen bahnbrechenden Bündnis gearbeitet. Heute ist weiter hier Geschichte. Acht Fremde. Jeder mit einem anderen Blickwinkel. Jeder mit einem Stück des Puzzles. Auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde geschossen. Wir brauchen Ihre Kamera. In dem Fenster, da war was. Ich hab auch was gesehen. Wir müssen reagieren. Sie können nichts befehlen, auf sie wurde geschossen. Sie müssen uns sagen, was hier vor sich geht. Ich glaub, ich hab gesehen, wer es war. Er weiß etwas. Der Satellit steht, aber wir suchen fünf Personen unter sechs Millionen. Secret Service. Ich brauch Ihre Videobänder. Spuren Sie zurück. Oh mein Gott. Was hat er gesehen? Was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Das Schöne an der amerikanischen Arroganz ist, dass Sie sich keine Welt vorstellen können, in der Sie nicht die Größten sind. Hier läuft noch etwas anderes ab. Uns funkt jemand dazwischen. Aufstehen! Dennis Quaid. Mein Partner verfolgt einen Verdächtigen. Matthew Fox. Aus dem Weg! Forrest Whitaker. Muss das nicht wahr sein. Mit Sigourney Weeper. Keine Spur vom Präsidenten. Und William Hurt. Wo ist er? Sie glauben, Sie können Ihren Augen drauf halten. Tun Sie es nicht. Los, los! Acht Blickwinkel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017